Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann noch nicht mal einen Tag in Minecraft überleben, ne, auf Kreativmodus. Ich kann noch nicht mal einen Tag in Sims 4 überleben. Also wie soll ich dann einen Tag als NPC in Pokémon überleben? Kann mir das mal jemand sagen? Ich kann noch nicht mal in WeLife überleben. Ich kann gar nicht überleben. Hier ist Arnold. Ja, das Publikum ist wie elektrisiert. Es scheint sich ein ernsthaftes Duell anzubahnen. Ein Kartenduell. Mal sehen, was du in der Hand hast. Vielleicht finden wir ja was Interessantes. Keine normale Tricks. Im Jahr 1993 gab Magic the Gathering den Sammelkartenspielen einen echten Schub. Ihr Wert hängt von der Einzigartigkeit der Karten und ihrem Zustand ab. Die teuerste Karte auf der Pikacke. Ich habe mir mal überlegt, dass ich, ne, jetzt mal und Spaß jetzt, Spaß beiseite, dass ich mal ein Kartenspiel von mir rausbringe. Und, ähm, keine Ahnung, mit jeweils 30 Karten. Man könnte das dann ja irgendwie erweitern irgendwann mit Special-Karten. Und dann hätte ich mir so überlegt, aber jede Karte hat ein einzigartiges Nacktbild von mir. Und, äh, einzigartige Effekte. Ne, also ich würde das dann so ein bisschen, ähm, ja, illustrieren. So ein bisschen von, von Dings abkupfern. Also ich würde das so ein bisschen von Yu-Gi-Oh! abkupfern. Auch vielleicht die Spiele-Mechaniken, außer von Yu-Gi-Oh! nur, dass, ähm, ich dann zum Beispiel eine Fallenkarte bin. Gleich, äh, ich bin dann auch, äh, eine Zauberkarte. Oder ich bin Monster. Wenn ihr wollt, mach ich. Kein Ding. Ich verkaufe auch mein Badewasser. Millionen Dollar geschätzt. Aber wenn du sie in deine Tasche steckst, dann sinkt der Wert sofort auf 50 Dollar. Das wird nicht reichen, Arnold. Wenn du der Beste sein willst, müssen du und deine Freunde das Schicksal eines echten Pokémon-Trainers auf sich nehmen. Bleib an einem Ort stehen und verlass ihn für den Rest deines Lebens nicht mehr. Ja, in der Welt von Pokémon machen Trainer meistens genau das. Bis der nächste Champion kommt und dich und dein Stoff. Gut, das, ähm, an sich, wenn ich mir das jetzt nochmal hier angucke, ne, den Tagesablauf, meiner sieht nie anders aus, ne. Meiner sieht echt nie anders aus, ne. Vor allem, wenn ich frei hab, ne, was übrigens bald so weit, äh, ist, ne, was bald, äh, sein wird. Ja, steh ich auf, geh am PC. Das war's. Und sitz da. Den ganzen Tag. Ihr zu Staub zermalt. Aber das ist nicht das Schlimmste, Arnold. Langes Stehen an einer Stelle ist schlecht für die Därme. Die verminderte Durchblutung stört ihre Arbeit und verursacht Verstopfung. Schön, die da. In einer Woche haben deine Beine riesige blaue Flecken. Nach einem Jahr verformt sich deine Wirbelsäule und deine Hüftknochen drücken auf alle Organe bis hin zu deinen Lungen. Wie jeder Pokémon-Trainer solltest auch du einen Rivalen haben. Und hier ist der Seiko Shidori. Und ich dachte, das kommt von Rauchen. Ja, das kommt von, gut, ich steh jetzt nicht unbedingt, aber ich sitze. Witzigerweise auf Arbeit mach ich das, hab ich das jetzt vorgestern gemacht. Da bin ich mit nem Stuhl zur Maschine gegangen. Ich geh vor gar nicht zu stehen. Ähm, ja. Ja, also nie von Rauchen, das meine Lungen vorsorgen, das kommt von, das kommt von Sitzen. Abzeichen aus allen Ligen gesammelt. Er hat sogar Whitney Smiltank besiegt. Seine Eltern sind beim Autounfall gestorben, aber er hat zwei Holokarten von ihnen. Aber am wichtigsten ist, dass er Pokémon Rangers erfolgreich beschleunigt hat, während er eine Operation am offenen Herzen durchführte. Wusstest du, dass Speedrunner in den 70er Jahren mit der Veröffentlichung der ersten Videospiele aufkam? Die durchschnittliche Spieldauer von Pokémon Red und Blue auf dem Game Boy beträgt 25 Stunden, während der Speedrunner-Rekord bei 1 Stunde 50 Minuten und 17 Sekunden liegt. Du, Arnold, brauchst länger, um dein Bett zu machen. Also mein Speedrun war mal, ähm, alle Teile von Mass Effect in nem halben Jahr. Das ist mein Speedrun gewesen. Was ich dir gesagt habe, Arnold, Abzeichen und Herzoperationen spielen keine Rolle, wenn du nicht an dein Pokémon glaubst. Seiko Shidori glaubt nur an Macht, aber wahre Macht ist die Fähigkeit zu lieben und zu verstehen. Glückwunsch, Arnold. Du hast deinen Namen für immer in die Welt von Pokémon eingebrannt. Obwohl deine Karte immer noch billiger ist als ein Galarian Stunfisk. Ich muss sagen, ich sammle Rentner. Also, ähm, ich, das ist ein Hobby von mir, ich sammle gerne Rentner. Ich hab jetzt schon ein paar in meinem Keller. Ähm, und die müssen dann für mich bestimmte Battles ausfechten. Zum Beispiel, der eine Rentner muss, ähm, dass ich noch nebenbei was verdiene. Also der ist jetzt gerade 95 und den schicke ich zum Beispiel, dass sein Battle ist zum Beispiel, dass er, äh, Vollzeitjob annehmen muss. Genau, und die eine Rentnerin, die ist, äh, Querschnittsgelähmt, die, äh, kümmert sich, also ihr Job ist es, das ist ihre Fähigkeit, ihre Monsterfähigkeit. Ähm, ihr Job ist es halt, im Haushalt zu helfen. Ähm, halt, so kleine Dinge, weil, ne, Querschnittsgelähmt, so, die kann sich ja auch kaum bewegen. Also, putzen, Müll rausbringen. War jetzt mein alter Fernseher, ähm, dann mein alter Kühlschrank hat sie jetzt vorgestern auch rausgebracht. So kleine Dinge halt, ne, wie schon gesagt, Querschnittsgelähmt und, und ist auch an Maschinen angeschlossen. Da will ich jetzt auch nicht so übertreiben. Ne, also, da muss er auch jetzt nicht so, nicht so übertrieben sein. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Guckt unbedingt das Originalvideo an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Wotschein da und schau. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Haut rein und tschüss.